Hallo, das Follow-Up-Video von ASCII-ANSI-CodePage. Mit diesem Video solltet ihr verstehen, ungefähr, wie Unicode funktioniert, was ein Code-Point ist, was ein Encoding ist und was UTF-8 ist. Okay, erstmal der Hintergrund von Unicode, der Grund, weshalb wir Unicode machen wollten, ist, weil wir im Grunde eine Art der Darstellung von Zeichen haben wollten für den Computer, die quasi alle Zeichen des Planeten darstellen kann. Okay, wie funktioniert Unicode? In Unicode ist ein Zeichen ein Code-Point. So, was ist jetzt ein Code-Point? Code-Point ist einfach nur ein sehr, sehr geiles Wort für das Wort Zahl. Ein Code-Point ist einfach nur eine Zahl. Das heißt, ein Zeichen ist einfach nur eine Zahl. Hört sich erstmal an wie der ASCII-Standard. Das heißt, konkret, ein A ist zum Beispiel die Zahl 0041. Das ist übrigens hexadezimal. Und 41, wer das nicht weiß, ist 65 im Dezimalsystem. So, das ist erstmal, nehmt das erstmal so hin. So, jetzt ist aber die Frage, wenn wir das jetzt, erstmal, okay, wir wissen jetzt, wir haben jetzt Buchstaben, die können wir Zahlen zuordnen und der Computer versteht Zahlen, das ist schon mal gut. Jetzt ist aber die Frage, wie speichern wir das denn? Also beim ASCII-Standard war das ganz klar, wie wir das speichern. Aber jetzt haben wir ja, in diesem Fall haben wir ja schon mal zwei Byte hier. So, und die können wir jetzt so rum, so rum oder so rum darstellen. Also speichern wir das als 0041 oder speichern wir das als 4100? Speichern wir das als Little Indian oder als Big Indian? Oder vielleicht sagen wir, hey, Moment mal, wir brauchen die Nullen gar nicht. Wir speichern einfach nur die 41. So. Wir haben also quasi verschiedene Schreibweisen für dieselbe Zahl. Das ist unsere Zahl. Und wir haben verschiedene Schreibweisen, wie wir die schreiben können. Wir könnten ja theoretisch, wenn wir lustig sind, warum auch immer, könnten wir es vielleicht auch so schreiben wollen. Ich weiß es nicht. Macht wahrscheinlich keinen Sinn. So, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, also das sind verschiedene Schreibweisen, um dieselbe Zahl darzustellen. Und Encoding ist einfach nur ein cooles Wort für das Wort Schreibweise. Denn das Wort Schreibweise hört sich nicht so gut an, lässt sich wenig verkaufen. Also nennen wir es einfach Encoding. Das heißt konkret, Encoding sagt uns einfach nur, wie diese Zahl hier, die einen Buchstaben darstellt, im Speicher dargestellt wird. Übrigens, nur eine kleine Randnotiz. Diese zwei verschiedenen Schreibweisen hier ist wohl das erste, das war das erste Thema, was aufgepoppt ist. Naja, machen wir jetzt Big oder Little Indian. Wie lösen wir das Problem? Und das Problem war sehr pragmatisch gelöst worden anscheinend. Die haben einfach gesagt, okay, wenn wir eine Datei haben, sei es eine Textdatei, dann schreiben wir ganz am Anfang die zwei Bytes FEFF hin. Die würden dann bedeuten, dass es ein Big Indian Format ist. Und wenn wir aber FFFE schreiben, dann hätten wir ein Little Indian Format. Und so könnte das Programm dann rausfinden, ob wir jetzt die obere oder die untere Schreibweise haben. Also welches Encoding wir benutzen. So, und das war aber jetzt, das war so weit so gut erstmal. Aber jetzt hatten wir nämlich ein Problem. Und zwar, Problem Nummer eins ist, naja, wenn wir jetzt englische Texte haben, dann haben wir ja sehr, sehr viele Nullen da drin. Ob die jetzt vorne oder hinten stehen, sei mal dahingestellt. Aber alle Dateien müssten ja jetzt doppelt so lang werden. Und damit die dann überall lesbar sind auf der ganzen Welt, müsste man die ja jetzt alle konvertieren. Und die ganzen alten Programme, die denken ja, ein Zeichen ist ein Byte lang. Und die denken, dass dann 0,0 eine Zeichenkette abschließt. Das heißt, die denken dann hier, hier ist schon das Ende des Strings. Das hat also alles nicht ganz funktioniert, war alles nicht ganz cool. Und dann kamen Leute auf die Idee und haben sich UTF-8 ausgedacht. Und das ist genau das, was hier oben passiert ist. Die haben gesagt, naja, pass auf, wenn wir jetzt, ich gehe mal hier, wenn wir jetzt 0,0,4,1 haben, dann sagen wir einfach, okay, die 0,0, ja, die können wir eigentlich wegwerfen. Ganz grob. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben sie im Grunde gesagt, dass die Zeichen von 0 bis 127, wow, so. Also die ersten 128 Zeichen werden alle nur mit einem Byte dargestellt. Das hatte dann zur Folge, dass wieder ein Zeichen ein Byte war. Von der Größe her. Und das war natürlich jetzt nicht für alle so, sondern nur für diese ersten hier. Aber das bedeutete dann, dass alle Dokumente, die bisher geschrieben wurden und alle Programme, die bisher so funktioniert haben, konnten in diesem Zahlenbereich hier alles weiterhin verarbeiten. Man musste nicht alle Programme neu schreiben, man musste nicht alle Dateien nochmal neu übersetzen. Eine ASCII-Datei war quasi automatisch auch eine UTF-8-Datei. Wie praktisch war das denn? Aber es gab natürlich, wir sind jetzt aber fertig mit UTF-8, wir wechseln am besten mal die Farbe. Es gab natürlich auch noch andere Encodings. Wir haben zum Beispiel noch Windows 1, 2, 5, 2 war das, glaube ich. Oder wir haben noch das Encoding, das ISO 8, 8, 5, 9, minus 1 und so weiter. Vielleicht nochmal kurz darauf hingewiesen, das sind alles Encodings. UTF-8 und auch das hier ist ein Encoding. Little Endian, Big Endian, das sind alles Encodings hier, die alle, ich wiederhole das nochmal, einfach in einer bestimmten Form diese Zahl speichern. Jetzt ist auch nochmal angemerkt, nicht alle Encodings können alle Code-Points richtig speichern. Aber soweit ich es verstanden habe, UTF-8 kann das. Und vielleicht so ein paar Randnotizen zum Thema UTF-8 noch. Ich wechsle nochmal die Farbe, vielleicht ein dunkleres Blau hier so. Übrigens, UTF-8 kann bis zu 6 Byte lang werden anscheinend. Das wusste ich auch noch nicht. Das heißt, ihr habt ein Zeichen, was dargestellt wird und das kann bis zu 6 Byte haben. Okay, das ist hoffentlich genug. Video ist lang genug.